Hey yo, we back! We back at Valibi Belgium. Day 2, from the Schnellgien Tour. Wann waren wir hier zu meinem Geburtstag? 2017 oder so? Echt? Oder 18? War das mit dem Hot Fist? Ich freu mich. Konnte auschecken auf jeden Fall. Was übrigens nicht back ist, ist meine Stimme seit gestern Abend. Ne, die ist weg. Die ist einfach wack. Die ist einfach gone. Die haben sich einfach auf Bright to Happy und ist kaputt geschont. Markus hat morgen so aufgestanden und kam so in das Hauptflug. Äh, so dass hier meine Stimme ist. Ich geh jetzt mal durch. Ich hab erstmal throat singing gemacht. Wir sind back wie englische Rücken. Und wir freuen uns jetzt auf einen... Nein! ...schönen Tag. Sonnigen Tag. Wir sind alle wieder da. Markus ist wieder da. Sven ist wieder da. Jans ist wieder da. André ist wieder da. Okay. Das Ding. Das ist normal. Ich hab's gehört. Die gehen auch glaube ich direkt zum Kondor. Ja. Oh. 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 Ich möchte dies. Getting those views. Das ist auf jeden Fall eine sehr versteckte Achterbahn. Man sieht sie nur hinter den Büschen hervorlucken. Oh. 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 Ich hab' ich Bock da drauf. Meine erste Achterbahn seit langem die einfach mal wieder auf Höhe setzt. Höhe und Geschwindigkeit. Das ist echt so. Äh. Wir sind schon dran. Oh. Äh. Ich bin so begeistert. Schon hoch? Ja. Oh. Oh. Alter. Okay. Wow. 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 Wow! Wow! Woi! Oh, okay! Hi! Ah! Wow! 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 Wie ist das so schnell am Ende? Geil! Alter! Das macht Bock! Wuhu! Das macht Bock, ey! Holy shit! Ich bin lange nicht mehr so was waviges gefahren, was einfach so schnell ist und so... Was Schnelliges! Und im einen Hügel so, oh die Bahn hat sich verfahren, wir müssen noch mal kurz nach rechts! Ist echt geil, hat echt Bock gemacht! Wie würde ich noch mal fahren? Ja! Die würde ich auch noch mal fahren! Aber hallo! Keine Kiste! Das ist mal ein schönes Bädchen! Das kann man mal machen! Keine Kiste, oder? Schon... Schon geiler Scheiß! Ich hab grad schon gesagt, die kann man auch noch ein zweites Mal fahren! Viertes, siebzehntes Mal, auf jeden Fall! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Hallo! Boah, das ist geil! Scheiß die Wand an ist das geil! Scheiß die Wand an! Boah, wie schön lange ich aus dem Sitz war auf den ersten zwei Hügeln. So, Second Ride diesmal ein bisschen weiter hinten. Also ich glaube echt, dass das eine Bahn ist, die einfach mit jeder Fahrt noch mehr Bock hat. Und ich habe jetzt auch eben mal so bei den Airtan-Hügeln meine Füße einfach auch angehoben und du bist einfach von kurz vor Spitzen des Airtan-Hügels bis unten ins Tal, bist du nur am Fliegen. Das ist schon ziemlich stabil. Schon echt geil. Schöner Flow. Der ruhigste Moment ist, würde ich sagen, wenn du oben auf der Non-Inverted Cobra Roll bist und da einmal so in den Panoramas fährst. Aber dann klappst du auch wieder so um und das ist echt cool. Echt schön, echt sehr geil. Sehr geile Achterbahn, alles was ich mir gewünscht habe und mehr. Wir sind gerade das Madhouse da hinten gefahren, ein Genie, irgendwas. Jetzt gucken wir uns mal hier den für uns neuen Dark Ride an. Ich glaube, Andi und ich sind die Einzigen, die es noch nicht gefahren sind. Warum ist ein neuer Dark Ride leer? Ich verstehe es nicht. Wir sind noch Älterfahrer. Wir sind noch mal. Wir sind noch in einer Tag-Tonfut. Wir sind noch in einer Tag-Tonfut. Anger Papa! Ich weiß nicht! Aha! Komm rein! Noch rein! Es ist mir wieder ein K mattel! Okay, ich wusste nicht, dass das hier gewünscht ist, aber... Das war süß. Auch meine Knifte haben nicht die ganze Zeit funktioniert, aber... Ja, vor allem auch die Props, also super viele Kulisse auch da drin und so. Hat mich sehr an so... Hat mich sehr an so... Overcooked und so was jetzt. Das war voll geil. Auf die Interaktion, so halt überall irgendwo draufschießen. Kombination aus echten Props und Bildschirmen und Schießmöglichkeiten. Hier war es so leer. Das ist schreifend. Ich würde irgendwie ein Ride ausprobieren lassen. Haben wir nochmal? Ja. Juhu. Ich glaube, wir fahren nochmal. Also bei dieser Raftingbahn, wenn ich mir diese Fontänen da angucke, ist es nicht die Frage werde ich nass, sondern bleibt irgendwas von mir trocken. Werde ich nass oder werde ich splüsch? Oder werde ich vagabeln? Werde ich da etwa... Sollen wir jetzt mal vagabeln gehen? Ja, wahrscheinlich. Lass mal vagabeln gehen. Du findest ein sehr cooles neues Logo. Das ist ein sehr cooles neues Logo für Roger River. Entschuldigung, ich bin hier auf den Fuß getreten. Das ist in Ordnung. Ich weiß ich. Das heißt, dass man Wasser essen muss. Vielleicht hält dich auch da drauf. Ich bin total nass. Entschuldigung. Das ist gar nicht mehr so in der Winde rum. Warum sind wir das nochmal gefahren? Oh, Quatsch! Yo! Nein! Tauch halt ein, einfach! Ach du Scheiße, ey! Bleib hoch! Das般 tiver die Hurt gefahren Lacan! Eikte hoch! Ah!! Wow! Aaaah! Wow! Mioh! Ok! You're Heavy! What's the damage? Yo! Ein Notfallromelow ist nichts so, weil ich unter diesem Wasser durchgefahren bin, aber ansonsten war ich verschont und sehr glücklich dass ich keine nassen füße haben sehr nass an meiner rechten seite aber das wetter ist jetzt nicht so schlimm dass man wo man lasse ist weil sein lecker sei ich müsste einmal aussteigen oh 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 okay der wurde kein lichtung ah was im concert da war bussi und wie war die psake untergrund es ist mir gut wie ein bisschen ganz schön ich habe gesagt verblüffend dafür dass sie ja ich glaube längere zeit ihres lebens draußen stand als drin wie gut das teil etwa noch fährt ja guter weich die kurven waren super ja wir haben auch wieder gesagt dieser loop fühlt sich einfach an der zettel der 540 grad weil du einfach so wann hört er auf und wenn du rückwärts fährst denkst du so paar ich jetzt hoch oder das ist super strange aber die hälfte des loops hast und so ganz kurz so nach vorne knickst du denkst okay dafür ist der schoßbügel alles klar macht schon böcke juhu ein western thematisierter my train coaster ich liebe es so sehr und ich freue mich das ist jetzt schon der tower ach so der sven hat gesagt dass er was essen geht statt mitzufahren hä du bist ja hier iklaft fuck der zug ist ja entgleist ist das ausgerechnet am heißesten Tag des Jahres das sind die fremium views Tschüss. Au, meine Ohren. Ich liebe das, ui, ui. Warum haben wir hier kein Wasser? Au, Arsch. Der Park war jetzt weg. Let's go! Ich finde es schön. Meine Po backen! Es ist ein vegan Burger. Ich bin mal gespannt, wie der hier so schmeckt. Ist auf jeden Fall günstig im Menü. 11 Euro irgendwas für das komplette Menü mit Souvenir Cup. Dinge! Ein Burger mit Gürtel. Ist geil, oder? Ist mega gut. Also nicht so gut wie der Burger King. Aber das ist sehr gut. Und es gibt Wespen überall. Tschüss. Ja. Hi, wir fahren Loop-Geru. Loop-Geru. Wir fahren jetzt die Häuser zur Bahn. Ich hab voll die Energie dafür. Ja, der Mark merkt ganz doll. Ich geh schlafen. Du bist schon wieder müde. Schon wieder? Du bist schon wieder müde. Ja, ne. Wenn ich gleich wieder Konda gefahren bin, ist alles wieder gut. Oder Dalton Terror. Viel Spaß, ne. Los geht's, ne. Lauf. Gehst du nach vorne runter? Juhu. Oh, Alter. Ah, meine Knie. Yah. Haha. Hawaii. Once. plus. Aha. denspiegel. Oh. 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 Haha. Ah. Oh. Oh Lima. Ibra. Oh-oh. Oh Snap. Oh protesters. Der Bügel ist so weit zugegangen. Ich hab gepupst. Komm, wir lassen uns terrorisieren. Die Löcke von den Dalton. Das sind wir gleich. Longboy. Kein View von Konda. Überhaupt kein Konda. Oh. 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 Das ist ein bisschen weg! Das war diese Flüsse drauf! Mann, was ist da? Alter, das war ja dumm hart. Das war wild. Der erste Drop war spicy, würde ich mal sagen. Vielleicht war ich noch nie so out of my seat wie bei diesem First Drop. Richtig so hoch und links einfach weg gewesen. Aber ey, bei den letzten paar Airtime-Hügel, wie es dann einfach alles wegbricht. Guck mal, wie weit die schon von uns weg sind. Wir laufen jetzt mal schnell zu der Challenge des Titans Camant. Dann fahren wir, denke ich, bis Parkschluss das Ding da im Single Rider, weil wir jetzt gerade relativ lang angestanden haben, komischerweise. Okay, let's do this thing. Du machst halt ein bisschen die Sonne zu schaffen, du. Bisschen warm heute, bisschen sonnig. Ich erinnere mich daran, von dem Ding letztes Mal ziemlich beeindruckend gewesen zu sein, Voice Crack. Ah! Fuck! Also die Challenge von Tutenblasen war auf jeden Fall wieder ordentlich. Wir haben die Schatzkammer hingekriegt, freigeschaltet. Wenn man die Schatzkammer nicht, als Spoiler, wenn man die Schatzkammer nicht kriegt, dann fährst du einfach dran vorbei durch so'n Gang. Dann fährst du nichts. Also richtig so, ja, du hast verloren. Tschüss. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten, jetzt gehen wir noch ein paar Mal durch den Single Rider von Condar. Zwei der besten interaktiven Darkrides überhaupt in einem Park sind. Ja. Schon krass, oder? Das ist sehr schön. Meine Energie neigt sich dem Ende zu. Meine Energie ist vor einer Stunde weg gewesen. Nein, das ist ein bisschen krass. Haha. 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 Ja, die Single Rider war da relativ voll, deswegen hat es für eine gereicht. Schlange wurde jetzt gerade zugemacht. Aber es war geil. So viele geile Fahrten heute auf dem Ding. Das Teil fährt sich auch warm wie es eh ist. Also die Airtime ist echt out of this world. Wie war eure letzte Fahrt? Wundertoll. Nice! Ja! Da fährst du nochmal Tschüss Konda. Es war sehr schön bei dir. Geiler Tag. Wir haben heute viel nicht gemacht. Wie zum Beispiel Taika Waititi da drüben haben wir ausgelassen. Wir haben Pulsar nicht geschafft. Ist jetzt halt so. Wir sind jetzt alle ganz schön durchgekaut und fahren jetzt nach Hause. Das war unsere große, groß angelegte Benelux Tour. Mit der höchsten und schnellsten Achterbahn der Benelux. Und den schönsten Jungs der Benelux. Tschüss. Hallo. Wir fahren jetzt nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr. Können wir endlich gehen. Mir tut alles weh. Scheiße. Kann ich springen. Komm auf. Dann hoffen wir, dass du genau da sitzt. Ah, wir stripen Clubkarten locker aus dem Handgelenk. Wenn man uns folgt, wird man dafür reich beschenkt. Also komm in den Club und du wirst sehen, was es heißt, ein Teil von der Golden Tapes Gang zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.